Also ich wohne hier seit vier Tagen auf dieser Wiese und mir sind jetzt hier jetzt langsam zu viele Leute. Ich weiß auch nicht, wo die Hände. Ich komme hier auf einmal her. Ich habe so ein Heimatgefühl auf. Ist aufgekommen damit jetzt und... Naja, ihr geht ja auch wieder. Was ist denn das hier? Hier gibt's nur Fassbier, dann aber fleißig, mal bis zum Eistrich. Sorry, das reicht nicht. Keiner bescheißt mich. Schmeckt nie gepinkelt, so gibt's kein Trinken. Alles, was ich wollte, war ein kühles, volles Bier. So, mach keine Revolte, sondern 0,4. Wie wär's noch mit ner Krone? Aha, jetzt kommt ein Neuer. Mein Bier ist oben ohne und selbst dafür noch zu teuer. Alle sind schlecht drauf, regen sich völlig zurecht auf über das, was hier mal wieder alles so geht. Alle sind mies gelaunt. Scheiß Bier, kein Schaum. Man trinkt und staunt über den Gratis. Man bessert Professionalität. Erst klein im Parkplatz, dann hier der Rabatz. Doch eins ist sicher, um zehn ist Schluss hier. Ich wohne nicht, nicht weit und ich kann das alles hin. Ich lass mich nicht bescheißen und danach noch nur stören. Hier ist sowieso zu laut. Wir sind hier nicht in Wacken. Und wehe, wenn sich einer traut, die Einfahrt zuzupacken. Alle sind schlecht drauf, regen sich völlig zurecht auf über das, was hier mal wieder alles so geht. Alle sind mies gelaunt. Oh, 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 oh. Und an die Band da, das sind doch Rentner. Bei ihr macht Netflix, da mach ich nicht mit. Alles, was ich wollte, war mal gucken ganz in Ruhe. Also lasst mich in Ruhe mit eurem scheiß Getue. Der Tag fängt an zu stinken mit dem Parkfinger an. Und jetzt soll ich hier noch winken, ihr könnt meinen Finger haben. Alle sind schlecht drauf, regen sich völlig zurecht auf über das, was hier mal wieder alles so geht. Alle sind mies gelaunt. Scheiß Blick, scheiß Sound. Man hört und staunt über den Gratis. Man ist an Professionalität. Oh, 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 oh. Chöre helfen euch nicht mehr weiter. Hier ist er leider Ende Karriereleiter. Leider auch noch Fans dabei. Traumtänzerei von einer Leichtheit aus der allerletzten Bandskartei. Oh, 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 wird euch das nicht selber mal peinlich? Wollt ihr noch einen hören und alle schreit? Nein, nicht. Cool! Vielen Dank.